Die Geheimzahl der Illuminaten Die Geheimzahl der Illuminaten Auf dem wichtigsten Zahlungsmittel der Welt Olof Palme ist tot Er fiel gestern Nacht einem Attentat in der Stockholmer Innenstadt zum Opfer Der Tag hat 24 Stunden und jede Stunde hat 60 Minuten Und genau um 23.23 Uhr wird geschossen Karl, das ist doch nur ein Spiel mit dieser beschissenen 23 Aber nicht für mich Die Diskothek Labelle bot in den frühen Morgenstunden Ein Bild des Grauens Karl Koch war besessen Von dem Geheimnis um die 23 23 23 Nichts ist so wie es scheint Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020